Wir sind jetzt auf Dauphin Island und warten hier mit unserem Wohnmobil auf die Fähre, um auf die andere Sandinsel draufzukommen. Die Überfahrt wird 40 Minuten dauern. Man kann sehen, hier vor der Küste von Alabama gibt es einige Bohrinseln. Da hinten ist noch einer. Das ist nach Pilikana. Das ist nach Pilikana. Das ist nach Pilikana. Cool, ja. Was findest du denn? Es ist nur ein ganz kleiner Land, Schöne. Nicht Schöne. Welcome to Gulf State Park.